wir sind wieder zurück im spiel wir haben die mission erfolgreich beendet ja und müssen jetzt natürlich die kürze essens verteilung noch einmal starten passt schon so jeder krieg das was er verdient wir haben gesagt wir setzen die gasmaske aber das eigentlich warum ist die wird der angezeigt und die abgesetzt ist okay noch keine ahnung wir haben auf jeden fall mal in die so jetzt haben wir natürlich dort zu viel platzverschein für die kiste zu viel zeus da kann man eh was rein tun 10 18 8 was ist das ist schrotpatrone da haben wir keramikplatten schwamm mal damals ist dann naja das ist wir kennen was zum essen machen die durch passt dass wir da was ist das sprit rein damit haben wir noch nicht genug wo da wurde wurde die alkoholische das war man das ist noch zu wenig brot ok sehr gut warum was du mit zwar von diesen ich glaube ich muss nur so eine kiste waren eine kiste waren wo brauchen wir jetzt die kisten schauen wir mal objekte zum bahn tasche so tasche nur schauen wir mal da rein ja gärtnern im erhebten wasser winter akkommode ist sie sehr kommentiert dann machen wir das ist ich habe den da ja 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 ich habe den ds hingestellt die stelle gut heute jetzt nehmen nehmen platzieren ach gott hat der hingestellt das super naja ok was ist das antistrahlungsmedizin einem tollblatt elektrikteile sprit mechanikteile sollte man da vielleicht das aufheben dass du irgendwas draus machen kann möglich 20 20 20 20 so das ist die gewährung und ist schon gut die brauchen wir sowieso und dann haben wir das was sind diese mechanik noch mehr mechanikteile die kalt man sich zum beispiel und sprit kann man es auch und dann nehmen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen was split so 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 man hat ja ich weiß das ist das ist das ist ja von mir leidig kann man nicht so gut so verlassen deshalb jetzt irgendwie ganz komisch platziert na so deppert keine lang wie das deppert sehr gut dann muss man muss ich machen die aktivität machen ich muss in wochen eine mission muss ich machen eine mission anna basisverbesserungen wie man das da haben wir bauwerkzeuge haben schlafstelle energieversorgung hätten wir auch schon ja dann haben wir doch schon da ist er oder ist das andere danach dass ich schon der das ist schon der wohlbefinden hat er gesagt braucht man was er gesagt so ist man nicht mehr diese bauers beleuchtung man mal beleuchtung lampe auch durch den lampen baut du hast du erlaubt oder die lampen baut nicht genug strom war eine genate oder verschraubter stunde den stromverbrauch zu senken generator man generator waren wir einen generator energieversorgung genau den wir bauen jetzt bin ich aber gespannt ob ich da genug hab das diese gasmasken warum kann ich denn nicht jetzt soweit wo ich eingesteckt bin ist er da hat er das ist egal so was ist jetzt mit dem strom verbesserungsstation wenn ich den jetzt verbessern sie magazine habe abzugssystem aber wir eigentlich nicht den mann sondern michael lastig auf oder was immer das ist erkenne der kassimer fiskis das kann doch eben so dicker jetzt erzeugen oder wie das will ich ja nicht die habe ich ja was kann man da munition ist das kann ja haben wir genug was haben wir da metallplatte brauche ich nicht brauche ich auch nicht das kann man da alkohol adrenalin trägungsmedizin medikit habe ich nix kann man da medikit genau das haben wir auf jeden fall sehr schön das kann ich bei dir herstellen das haben wir schon haben wir schon brauchen wir nicht da geht auch nichts machen wir mal gesagt das passt auch schon naja dann und eine falsch platzierte kiste ich bin so dumm kann ich was zum essen kochen unerkenntnis kann da wir nur die drei sachen der habe ja noch gut dann gehen wir auf so manche ausgeruht ich hoffe was sie sieger machen wir aus oliver ja ok trainieren bis zur chance das ist ja oliver hat keine waffe super und ihr wird sich aktuelle rüstung was sagt da gehen wir raus du kriegst du kriegst der kalaschnikow und wo sind jetzt die wochen gewesen ich weiß es nicht doch und kriegst der kalaschnikow munition machen wir das vorgabe das ist doch nicht wo war hat gewehr munition die passen und rüstung rüstung haben wir noch gehabt über die rüstung damit ja das andere meine merke da war der rüstung die kriegst deine tasche ist voll da mal drei was da rein ach so 1 2 3 4 was sagt dann damit ist der theoretisch passt die rüstung dann da rein ich habe sage ich doch so das kriegst der stadt den olivier aus bücheln du kriegst ja dann kriegst du ja schon richtig gewähren geht es nicht so wie die züge macht idiot trainieren ich muss trainieren so pression schleichen schockierend was schockierend ich habe ja noch drei fähigkeitspunkte was zu den drei wohlfahrt er braucht man hatte schockierend was auf immer auf jeden fall wir streichen andere wäsche brauche ich noch was so das muss man wirklich so trainieren jessers was ich werde ich werde einige techniken die ich gelernt habe in der jointen tatsk force 2 während einer mische ist es meistens besser zu schockieren und raus rather als zu schockieren das ist was ich euch heute erzähle sterb wir beginnen mit ein paar basierungen try zu schockieren durch mich mit der verfügung vertreten sich zu schockieren kassierend und schau dich schnell schnell wenn du im open bist wie ein ghost bist wie ein ghost ähm ich muss irgendwie drucken was heißt vorbeischleichen ja scheiße ich vergiss ja es ist nicht ins laub ich hab's med ready ja okay Das geht aus nunmeh, kostet mir bei. Wo ist er? Ich sage jetzt nicht, was ich mir denke. Ach so, scheiße. Ja. Soll ich rechts habe? Nein, nein, nein. Nix, glaube ich, warst du so. Psst. Müssen wir da einen weiteren Bogen machen, he? Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin unsichtbar. Psst, leise. Warte. Direkt vorbei ist er da schmoren, gell? Ich bin unsichtbar, mein Freund. Geht's ruck, Harry. Psst. 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 ... ... ... ... ... Nein, dann habe ich es geschafft, gut, 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 gut. Ich habe noch Punkte. Was ist ein Deutsch? Warum ist es nicht so laut? Rängt es? Sind das so laut? Sorge mal. Okay, jetzt fokuss, Igor. Du fokuss, Igor. Du fokuss auf meine Kommande. Du fokuss? Ja. 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 Und? Fertig. Fertig. Das war easy. Gut. Hat es gemacht. Ja, 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 ja. Wir sind trainiert. So, für die Basis braucht man irgendwas, haben wir gesagt, gell? So Pflanzen oder so. Basisverbesserungen, was haben wir da? Wohlbefinden, genau, Wohlbefinden, haben wir gesagt. Oder? Fernseher. Jetzt habe ich noch nicht gemerkt, was er will. Dekoration, gehen wir auf Dekoration. Pflanzen. Pflanze. Große Pflanze. Was ist denn diese Puppe? Ein Fass. Mechanik, Teile brauche ich dazu. Große Blume. Ne, die passt nicht. Ah, da haben wir die Mutationshilfe von der Strahlung. Baue, Laserschnittmaschine. Ach so, das ist cool. Okay, dann machen wir da schöne Pflanze ein. Schau, egal, jetzt kriegst du da in dein Eck eine schöne Pflanze. Oder vielleicht irgendwo rauf? Ne. Kann ich da irgendwo? Ne. Da, da vielleicht, genau. Bitteschön. Und dann Mülleimer. Ja, warum nicht? Das schaut ja nicht. Da passt er gut her, gell? Da stört er doch nicht. Na, bitteschön. Was haben wir da noch? Wände, wozu Wände? Ah, zum Schlafen vielleicht, hm? Möbel. Wie ist das? Na, das hätte ich aber gern gebaut. Bläserschnittmaschine. Keine Ahnung. War wahrscheinlich noch nicht erfunden. Ein Stuhltisch. Äh, Schultisch. Holztisch. Kann man den? Jetzt habe ich wieder den... Mei, es ist... Ich bin so blöd. Halt und drehen. Ja, war einfach ein gewissen, gell? Den Baumann. Ich vergiss das einmal, gell? Da. Wo bauen wir den denn hin? Wie? Ja, jetzt bin ich abgefahren. Äh. Ne, komm ich da jetzt wieder raus. Ähm. Äh. Was ist das? Zwei, du hast die Maße kommen. Du hast die Maße kommen. Du hast die Maße gemacht, Igor. Aber remember, es gibt keine solche Dinge, wie zu viel Praxis. Zu viel Training gibt es nicht. Das ist ja nicht mehr. So. Jetzt stehen wir aber da her, gell? Fisch. Baby-Bauern. Wohlbefinden. Möbel. Stuhl. Stuhl. Ja. Passt. Mhm. Und was war das jetzt mit dem Fernseher? Das war doch ein Fernseher, gell? Elektronik. Alter Fernseher. Gibt es einen neuen Fernseher? Ja, aber den kann ich noch nicht. Was brauche ich da? Schwierig ist ein Laserschnittmaschine. Verdammt. Kamofon. Kamofon. Kamofon? Du kriegst keinen Fernseher, du kriegst ein Kamofon. Daher? Nein. Da werde ich fast was noch ein Tisch sparen müssen, gell? So, diese Woche mache ich den Fehler nicht. Ja. Na. So. Jawohl. Da kommt der Fernseher auf. Hehe. Fernseher. Sehr gut. Bitteschön. Das kannst du ja schon. Good job Igor. That's not the Reds Carlton quite yet. Ja, eben eben. Kommt ihr nicht? Aber sie erst einen Fernseher schauen. Prima. Good job. Yes. I know my dear. Gut, gut. So. Jetzt haben wir aber, was haben wir da eine? Jetzt haben wir relativ viel Munition, gell? Das ist die Revolver-Munition. Na, dann werde ich, nachdem ich das schon trainiert habe, werde ich das auch verbessern müssen. Aber die ist ja nicht so eine schlechte Waffe. Na gut, beide sind nicht schlecht. Tschernobylit. Dann kann ich da in das Ding reinpassen. Wunderbar. Zum Essen habe ich, da habe ich vier Heilsalben, für was ich verwundet bin. Antistrahlungssalben und Beruhigungssalze. Meine Rüstung ist natürlich noch nicht die beste. Aber was hat er gesagt? Was ist das für ein Gerät, das ich da bauen sollte? Basisverbesserung, oder? Ne. Bauwerkzeuge. Energieversorger. Schauen wir mal da rein. Ah, bei C schaue ich schon. Da hat die Laserschnittmaschine. Die habe ich noch nicht. Die brauche ich. Na, jetzt haben wir der auch. Was ist das? Tschernobylit Werkzeuge. Aber das kann ich nicht, gell? Ich kann nicht. Alter, da ist laut. Und was ist jetzt? Achso, ich kann ja das deswegen nicht bauen. Wie war das? Ne, pass auf, wie war das? Wenn ich zum Beispiel das da bauen will. Ja, genau. Das ist ja toll. Was ist denn das? Ein Thron. Ein Metalltisch. Na gut, den brauche ich jetzt aber eh nicht, gell? Und bei den Wänden, was gibt es da? Aha. 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 Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie wir das jetzt mal so machen. Ich habe nur einen Test drüber. Was braucht der? Wieso braucht der zwei? Der braucht noch eins. Brauchen wir das? B. B. Ne, F. A. Okay, schau. Interessant. Ja. Ich weiß ja nicht, wie wir das zum besten sagen. F. F. B. A. Ja. Schöne ist nicht, aber dafür hässlich. Weißt ja, passt schon. Die Kiste da hinten ist natürlich ein Hammer, gell? gut ich hoffe dass dieser regen ist gut gut sind wir vielleicht schlafen gehen wir schlafen das time weiter durch lauter ich glaube gar nicht so waren wir denn die was haben wir denn da jetzt vier von vier cool sind wir zu acht stadt das area keine was machen simulation starten individuell versetzt sich in einen traum in sie wird jedoch die ganze nachkosten kein ist es vergangen bist du sicher dass einen abend abschließen willst jetzt ist die frage wenn ich jetzt speichere und aussteigen sondern wie ist das und das kämpfe speichern eine minute ist in ordnung da kannst du in jeder zeit haben die laden gut dann wenn man nämlich das spiel beenden und morgen weiter tun die simulation interessiert mehr okay alles dann tschüss Leute baba bis morgen